Dieser Gang am Ende. Und so endet die Geschichte des jungen Mannes, der sich am Schwanz kratzte. Was? Ich geh immer so. Jetzt weiß ich wenigstens, warum ich beim Videoday ausgelacht worden bin. Kleiner Scherz, in Wahrheit gleite ich von A nach B. Was? Geht ab, Elite? Ihr habt mal wieder fleißig kommentiert. Wie geil! Das Beste an deinen Videos ist, dass sie so dämlich sind. Bevor ich Drehbuch schreibe, gehe ich auch immer in den Affenmodus zurück. Oh Gott, ist das peinlich. Wie hast du reagiert, als du das erste Mal auf der Straße erkannt wurdest? Also bisher kam es dreimal vor, dass ich erkannt wurde. Also jetzt von diesen YouTube-Veranstaltungen abgesehen. Aber wie ich reagiert habe, war ja die Frage. Naja, ich wollte erst mal ein Foto machen und dann alle meine Fragen stellen. Und ich weiß, eigentlich müsste es genau anders rumlaufen, aber ich... Oh my fucking God. Die Zauberwürfel im Hintergrund. Einen Club-Mitglied. Einen Cube-Mitglied. Ihr kennt doch Spongebob, oder? Ich hab das gleiche Handy wie du. Immer diese Kommentare. Ich hab dasselbe Hemd wie du. Ich hab dieselbe Sonnenbrille wie du. Ich meine, was kommt als nächstes? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die gleiche Spülmaschine wie du hab. Ja, ja klar. Du könntest German Let's Play sein. Das sind so Kommentare, wo ich mir denke... Du bist doch wahnsinnig, oder? Dich muss man doch einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Chios, eine Zwiebel. Du bist doch wahnsinnig, oder? Dich muss man doch einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Ah, hab meinen Daumen abgerissen. Als ob du dir wirklich einen Daumen abgerissen hast, nur um mir ein Like zu geben. Oh, äh, gute Besserung. So, ich hab eine kleine Aufgabe für euch. Meine aller, 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 allerbeste Elite. Klickt auf den ersten Link in der Beschreibung und gebt mir doch bitte 5 Sterne beim Newcomer-Casting. Würde mich wirklich sehr freuen und wer es gemacht hat, kann sich gerne von mir ein Dankeschön abholen. So, dann kommen wir nun zu... Ähm, Community, was ist CEO? Ihr solltet mir Aufgaben zum Thema Scheißkind stellen und alle Aufgaben waren ein bisschen... ...random, durchgeknallt oder... ...beschissen. Scheiß, ein Kind? Wie kann man nur sowas kommentieren? Dann noch sowas von meiner eigenen Schwester. Stell das Video von einem Jungen, der wegen seinem PC ausrastet nach. Ich kann es ja mal versuchen. Hä? Auf dem Weg! Ich will Slappy Bird spriegen! Was ist denn das? Oh mein Gott, was ist geschehen? Scheiße, Scheiße, Scheiße! Der Junge ist so krass außergewöhnlich, das kann kein Mensch nachmachen. Yeah, ich hab mal wieder vergessen, ein neues Thema festzulegen für die Aufgaben, die ihr mir stellen sollt. Und ja, ich weiß, ich bin scheiße. Das neue Thema, passend zum letzten Comedy-Video ist... Märchenstunde. Ich bin echt total gespannt, was euch sein fällt. Das muss nur irgendwie mit Märchenstunde zu tun haben. Also nicht zu sehr, äh, dran aufhängen, ne? Zurück zum Video! So, wer ist ein Abonnent der Woche? Yo, 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 es ist Speedplaat to me. Na, das wurde aber auch Zeit, oder? Ich will ne Überraschung in der Endcard. Du bekommst ne Überraschung nach der Endcard. Herzlich willkommen in der Endcard. Klickt ihr auf mich, kommt ihr auf weitere Folgen von... Tag in Comments. Dort geht es weiter mit meinem letzten Video, verdammt beschissen. Darunter mit meinem Zeitkanal, mein Gott, wie langweilig. Und wiederum da, unter meinem Cammin-Kanal. Wer schaut sich so ne Grütze an? Ahaha! Hier könnt ihr Teil der Zeolithe werden und ich würde mich sehr über ne Bewertung freuen. Und schreibt mir doch einen Kommentar. Oh mein Gott! Alle Links zum Filter, Facebook, Instagram und Co. sind in der Beschreibung. Like gefälligst war meine Facebook-Seite. Ansonsten sehen wir uns dann am Samstag wieder. Wir kämpfen uns bis zum Wochenende durch. Und bis dahin noch viel Spaß auf YouTube. Ciao! Geil! Also, ja! Na, fragt ihr euch, warum? Zio so gut drauf ist in seinen Videos? Das geht nur mit der Schokoladenmilch von... Äh, äh, Scheiße! Ich hab echt keine Ahnung, was mit mir los ist.